Justo Vilma Villa Viveros ist ein paraguayischer Fußballtorhüter. Karriere Villa begann seine Profilaufbahn unter Trainer Enver Hugo Almeida beim Club Sol de America, wo er 1996 als debütierte. Nach fünf Spielzeiten galt er als einer der besten Torhüter des Landes und wechselte zu Libertate Sanchen, wo er 2002 und 2003 den Meistertitel holte. Von 2004 bis 2008 spielte Justo Villa für den argentinischen Verein Newell's Old Boys. Hier wurde er zu einem der besten Spieler des Aperture Turniers 2004 und musste in 19 Begegnungen nur elfmal hinter sich greifen, wodurch sein Verein nach zwölfjähriger Durststrecke erstmals wieder einen nationalen Titel gewann. Villa stieg zum Idol der Fans von Newell's auf und spielte sich in den kommenden vier Jahren noch tiefer in die Herzen der Zuschauer. Zur Saison 2008-09 ging er nach Europa zum spanischen Erstligisten Real Valladolid. Im Sommer 2011 wurde der Vertrag des mittlerweile 34-jährigen Villa bei Valladolid aufgelöst. Er wechselte daraufhin zum argentinischen Erstligisten e-Studiantes de la Plata. Seine Nationalmannschaftskarriere begann er am 3. März 1999 im Spiel gegen Guatemala. Nachdem er zur Fußball-Weltmeisterschaft 2002 noch als zweiter Ersatztorhüter teilgenommen hatte, wurde er für die WM 2006 als Nummer 1 im paraguayischen Tor nominiert. Im ersten Spiel gegen England verletzte er sich jedoch schon nach acht Minuten und wurde gegen Eido Bobedilla ausgewechselt, der ihn bis zum Ausscheiden Paraguays aus dem Turnier vertrat. Er qualifizierte sich mit Paraguay für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Hierbei stand Villa in 17 der 18 Qualifikationsbegegnungen im paraguayischen Tor und musste in dieser Zeit gerade einmal zwölf Gegentreffer hinnehmen. Auch bei der Weltmeisterschaft Zehntrunde stand er im Tor und zog mit seiner Mannschaft ins Viertelfinale ein, wo man knapp den Spaniern unterlag. Bei der Copa America 2011 in Argentinien erreichte Villa mit seiner Mannschaft das Finale, das 0 zu 3 gegen die uruguayische Fußball-Nationalmannschaft verloren wurde. Paraguay konnte im gesamten Turnier kein einziges Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen. Titel und Erfolge Paraguayischer Meister 2002 und 2003 Argentinischer Meister 2004 Finale der Copa America 2011 Auszeichnungen Paraguayischer Fußballer des Jahres 2004 Bester Torhüter der Copa America 2011